Herzlich willkommen zum Monatsrückblick Oktober, unter anderem mit diesen Themen. Los geht's, das neue Semester steht in den Startlöchern. Durchbruch, Rostocker Doktoranden gelingt Nachweis in der Quantenphysik. Und Jubiläum, Psychologie und Computergrafik feiern runde Geburtstage. Der Sommer ist zu Ende und damit auch die Sommerschulen unserer Universität. In Tallinn vertieften über 20 Studierende ihr Wissen. Das Institut für Informatik der Universität Rostock leitete die Kurse und Workshops. Die Studierenden kamen aus elf Ländern. Gefördert wurde die Sommerschule vom DAAD. Auch in Modena fand eine vom DAAD geförderte Sommerschule statt. Die 30 Masterstudierenden kamen aus Italien, Spanien, Portugal und Deutschland. Thema war die Ausgestaltung öffentlicher Dienstleistungen. Direkt in Rostock wurde die MINT-Sommerschule für Geflüchtete durchgeführt. 16 Geflüchtete Studierende und 8 Internationale nahm teil. Ziel des fünfföchigen Programmes war es, den Studierenden das Unileben zu erleichtern. So gab es neben Mathe-Vorkursen und der sprachlichen Vorbereitung auch das Modul Kulturschock-Universität. Urlaub gemacht wurde auf Rügen mit einem Besuch im Nationalpark und dem Ozeaneum in Stralsund. Neben den MINT-Instituten wurde diese Sommerschule vom Sprachenzentrum begleitet. Mit dem Semesterbeginn starten auch neue Angebote an unserer Universität. Das Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften unterhält jetzt eine Kooperation mit der University of Malaya. Studierenden und Lehrenden des Instituts steht jetzt ein Austausch in Kuala Lumpur offen. Ebenso die Kooperation mit der Technischen Universität Mororan in Japan wurde auf die gesamte Universität ausgeweitet. Bisher war sie begrenzt auf das Institut für Informatik und Elektrotechnik. Der Fokus liegt aber weiterhin auf den ingenieurwissenschaftlichen Bereichen. Die japanische Universität möchte ihre Interdisziplinarität mit unserer Unterstützung ausbauen. Auch ein neuer Studiengang wird seit diesem Semester in Rostock angeboten. Medizinische Informationstechnik. Die Erstis sind da. Über 3000 neue Studierende starteten Mitte Oktober in ihr Studium. Rund die Hälfte kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Knapp 400 aus dem Ausland. Ausländische Studierende bilden damit 12% der gesamten Rostocker Studierendenschaft. Diese zählt jetzt fast 13.000 Studierende. Die beliebtesten Studiengänge sind neben den medizinischen die Lehramtsstudiengänge. Die amtlichen Zahlen werden im Dezember erwartet. Die Einführungswoche begann mit der Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter. Neben der Leiterin des ZLBs, Professorin Carolin Retzler-Fürst, richtete auch unser Rektor das Wort an die Neulinge. Am Campustag empfänger die internationalen Erstsemester. Ihre Anzahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Beim eigentlichen Campustag stellten sich die Fachschaften, Hochschulgruppen und natürlich der Asta und der Stura vor. Die feierliche Immatrikulation begann mit dem traditionellen Festzug durch die Rostocker Innenstadt zur Marienkirche. Die Studierenden wurden nicht nur von der Universität, sondern auch von der Stadt begrüßt. Trotz wechselhaften Wetters waren die Veranstaltungen ein voller Erfolg. Ohne die Quantenphysik wäre all das hier nicht möglich. Zwei jungen Rostocker Doktoranden gelangen nun ein Durchbruch. Die Quantenmechanik ist neben der Relativitätstheorie eine der großen Theorien des 20. Jahrhunderts in der Physik. Mit der Quantenmechanik kann man eigentlich alles erklären, was unser tägliches Leben betrifft. Warum die Sonne leuchtet, warum der Himmel blau ist, warum meine Hand nicht durch den Tisch fällt und viele andere Dinge mehr. 100 Jahre lang hat man geglaubt, dass eine bestimmte Mathematik notwendig ist, um die Quantenmechanik zu verstehen. Und erst in den letzten Jahren ist klar geworden, dass dem nicht so ist. Physiker und Mathematiker haben herausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, eine neue Art dieser Quantenmechanik zu erfinden, die demnach auch völlig neue technische und physikalische Möglichkeiten beinhaltet. Aber sicherlich ist es immer so, dass ohne ein Experiment man nie wissen kann, ob die theoretischen Physiker und die Mathematiker auch recht haben. Und genau dieses Experiment ist uns jetzt gelungen. Uns ist zum ersten Mal gelungen nachzuweisen, dass diese neue Theorie stimmt. Wir haben ein Phänomen gesehen, was innerhalb der originalen Quantenmechanik gar nicht vorkommen kann, sondern nur mit dieser neuen Quantenmechanik beschrieben werden kann. Und das ist natürlich extrem spannend, weil sich eben jetzt unendlich viele neue Möglichkeiten in Wissenschaft und auch Technik ermöglichen. Gekrönt wurde der Erfolg mit einer Veröffentlichung der Ergebnisse im Fachjournal Nature Photonics. Mit jedem Anfang kommt auch ein Ende. Bereits Ende September wurden die Lehramtsabsolventinnen und Absolventen feierlich verabschiedet. Knapp 200 Studierende haben ihr Lehramtsstudium erfolgreich abgeschlossen. Die meisten von ihnen werden zukünftig an Gymnasien unterrichten. Rund 60 Prozent der Absolventen war weiblich. Die Jahrgangsbesten wurden außerdem mit dem Preis des Rektors ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2010 von der Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock und dem Deutschen Hochschulverband finanziert. Ebenfalls Ende September wurde an unserer Alma Mater 50 Jahre Computergrafik gefeiert. Als diese 1969 eingeführt wurde, war die Universität Rostock eine der ersten Universitäten mit einem eigenständigen, entsprechenden Forschungsbereich. Die Sektion arbeitet eng mit dem Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Rostock zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung mit 150 Gästen wurde Prof. Dieter Fellner die Ehrendoktorwürde verliehen. Prof. Fellner engagierte sich maßgeblich für die Weiterentwicklung der Sektion. Die Festveranstaltung bildete außerdem den Auftakt des 24. Internationalen Symposium Vision, Modeling and Visualization. Ein weiterer Grund zum Feiern war das Jubiläum des Faches Psychologie. Vor 100 Jahren wurde die erste Professur in diesem Fachbereich besetzt. Dies war Grundstein für das heutige Institut für pädagogische Psychologie, Rosa und David Katz. Zwei Symposien bildeten das Programm neben einem internationalen Festvortrag. Und nun zu den Ankündigungen. Im November erreichen wir endlich den Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres. Die Festtage finden vom 8. bis zum 12. November statt. Auf dem Programm steht unter anderem ein großes Alumni-Treffen, Schauvorlesungen, aber auch der große Jubiläumsball. In Kooperation mit der HMT wird vom 2. bis zum 15. November die Oper Dead End for Cornelius A. Uhr aufgeführt. Am 11. November, dem St. Martinstag, findet eine besondere Kinder-Uni statt. Im Anschluss wird gemeinsam ein Laternenumzug begangen. Seinen Abschluss findet das Ganze mit dem Dies Academicus am 12. November. Beginnend mit einem Gottesdienst am Morgen in der Unikirche, einem großen Festumzug und abschließend einem akademischen Festakt in der Marienkirche. Wichtig für alle Studierenden und Lehrenden, an diesem Tag finden keine Lehrveranstaltungen statt. So, das war unser erster Monatsrückblick für das Wintersemester 2019-20. Wir wünschen allen einen guten Start ins Semester. Ahoi und bis zum nächsten Mal!